Meine Freunde, seid herzlich willkommen! Wir sind hier im Winterpark und suchen heute wieder den Bigfoot. Erstmal zu unseren Erfolgen. Erstmal verkackt. Zweites Mal verkackt. Drittes Mal richtig verkackt. Und heute, glaube ich, der vierte Trial. Schaffen wir es. Ein wunderschöner Kuna Nougat. Heute als sexy Dame. Und Deko, hallo. Ähm, hallo, ich bin der dazugehörende alte Knacker. Asthma Reise, ein bisschen poliert. Und exakt, Momente, bis jetzt hat uns der Bigfoot jedes Mal richtig weggeschädelt. Aber heute, heute werden wir ihn endlich vasieren. Zu meiner Person, ich muss Explosionsschaden machen, ja. Ich bin Thomas Torben. Ich mache richtig einen Explosionsschaden. Und deswegen, gebt mir all eure Explosionssachen. Trouble Torben, bist du Trouble Torben? Ja, der bin ich. Ich bin Trouble Torben. Ich sorge immer für Trouble. Übrigens, Nougi ist die Dame, die unsere Wunden heilt. Und Deko ist der Nahkampf und Waffenexperte bei uns hier. Ab geht's, ne? Aber das heißt auch, ich muss hinten bleiben. Ihr müsst also, wenn der Typ da ist, müsst ihr nach vorne gehen an ihn, ne? Also, ich muss überleben. Es gibt hier übrigens auch Lawinen jetzt, ne? Da müssen wir aufpassen. Also, lass uns nicht zu sehr an eine Bergkette rangehen. Ja, richtig krasses Schnee-Update jetzt, ne? Ja, finde ich auch richtig geil. Es hört sich auch so schön an, so, wenn man so durch Schnee wartet. Hi, Mountain Lodge. Da will ich hin, Digga. Da will ich hin. Ja, let's go. Ist das nicht das, auf diesem Berg einfach nur oben drauf? Keine Ahnung. Aber ich wollte gerade eigentlich sagen, dass wir nicht irgendwo auf Berge drauf klettern sollten. Und jetzt machen wir das. Oh, yeah. Easy peasy. Was habt ihr für Waffen? Ich habe leider nur eine G17 9mm. Ich gar nicht. Was, gar nicht? Ich habe die Remington 700 Scharfschützengewehr. Ich habe nämlich eine Knallpistole, Alter. Du hast eine Leuchtpistole, Alter. Dann lass uns mal ganz schnell irgendwas einsammeln. Ich weiß nicht, ob es nicht schlau gewesen ist. Gibt es nicht für jeden eine Waffe da im Wohnwagen? Das weiß ich nicht. Oh, nachtzig gerät. Geh sofort nach oben. Dann hast du nachtzig gerät. Nice. Aha, Munition. Aber ich habe Schia gefunden. Echt, kannst du durchrumschieren oder wie? Nee, leider nicht. Waaah! Warum macht ihr das? Hallo? Ihr wisst schon, dass das den Lachs anlockt, ne? Ja, es hat hier geklingelt. Was sollen wir machen? Aufgelegt. Sehr gut. Liegt da unten irgendwo ein Zettel rum mit einem Pin? Wir brauchen hier nämlich was. Hier ist wahrscheinlich schon alles weggelootet, oder? Ich muss eigentlich gar nicht nachschauen. Natürlich musst du nicht nachgucken, Junge. Bei fünf Minuten alleine in der Wunze, ich habe das alles mitgenommen. Es gab auch noch ein Erste-Hilfe-Kit. Ja, ich habe richtig viele. Oh, guck mal, ich sehe hier vielleicht irgendwo ein Zettel rum. Das ist ein Wolf. Baller den weg, den Lappen. Baller den weg. Das ist ein Wolf. Ja, los. Schieß. Boom, boom. Hä? Screw. Skrrr. 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 aus hier, ne? Warte mal, lass uns mal kurz auf die Karte schauen. Ja, Richtung Süden ist gar nicht so schlecht, oder? Oh ja, ich bin ausgenommen, ey. Wir brauchen noch eine Waffe für Nugi. Ich habe auch gerade mal 26 Schuss. Wir haben nichts. Bruder! Zehn Schuss. Zehn Schuss. Achso, welche Modition hast du denn? Ich kann dir was droppen. Sieben, sieben, sechsam. Wenn ich wüsste, wie ich das droppen könnte, würde ich es machen. Ähm, äh. Lass uns erst mal weiterziehen. Das ist irgendwie zu dunkel hier. Normalerweise kommt der Yeti in der ersten Nacht. Jetzt ist es ja, glaube ich, der Yeti, ne? Jetzt ist ja nicht mal mehr Bigfoot Also, ich weiß nicht. Im Übersichtsbildschirm hatte der Bigfoot ein Pumpkin auf dem Kopf. Bin mal gespannt, ob er das jetzt hier auch gleich hat. Und der Schlupf 3. Oh ja. Oh ja. Komm, nager, hol dir irgendeine Waffe. Ja, hier ist nichts. Bevor alles erklärt ist. Ja. Hier ist ja wirklich nichts. Ja, sag doch. Karte. Okay. Ja, dann ziehen wir direkt weiter, oder? Nur Halloween-Deko. Oh, hier ist ein Außenzaun. Können wir hier irgendwo abhauen? Lassen wir nicht Fußspuren. Nee. Nee. Ja, wir sind Ninja-like unterwegs. Wir sind ja auch geschult. Oh, hier ist ein Polizeiauto. Da gibt es vielleicht eine Knarre. Oh ja, Waffe. Hinter, hinter, hinter. Looten, 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 looten. Ist der Erster. Du hast ja schon eine Waffe. Ist das was? Oh je. Empty, empty, empty. Alles jetzt empty. Nein, nein, nein. Oh, nice. Oh, fuck. Nugi, nice. Was ist das denn? Hier ist es kein Dynamit. Okay, wir sollten schnell abhauen. Hallo, hier ist ein Tower. Ja, da gehen wir hin. Ab zum Tower. Wo haben die diesen Riesenkürbis hergenommen? Das halte ich für ein Gericht. Oh, der sieht nice aus. Oh, Gasflasche. Nehmen wir mit. Wichtig. Oh, hier ein Nugget, da ist das oben für dich. Oh, nice. Ne Signalfackel. Kannst du einschicken. Hast du gerade einen weggeschlissen. Ich dachte gerade, wirklich ist eine Waffe da. Ich brauche auch was. War es nicht mal so, dass man sonst viel mehr Waffen gefunden hat? Was ist hier los? Irgendwie schon, ja. Wir lassen uns ganz schnell zu dieser, wenn es das hier überhaupt gibt, zu so einer Siedlung, wo ganz viele Häuser sind. Oh nein, schade. Unterpark. Ich glaube, man könnte hier hochklettern, Alter. Da wären wir richtig safe. Wollen wir jetzt da hoch, wo die Zip-Line herkam? Oder? Ich glaube, da wird nicht viel los sein, was Häuser angeht, oder? Wir brauchen jetzt erstmal geile Häuser. Oh, ich habe einen Fußabdruck vom Bigfoot. Oh. Ich muss davon ein Foto machen, hier. Haben wir eine Kamera dabei? Ja, ich habe leider nichts am Start. Oh. Habe ich gemacht. Nice. Beweise gefunden. Bambi, Hirsch. Töt ihn. Los, töt ihn. Ne, wir haben zu wenig Munition, zu wenig Munition. Ich will es auch lassen, deswegen. Okay, geil, Nugi. Schön, dass du ein Foto gemacht hast. Aber warum müssen wir... Heute gibt es keine Leberaten. Müssen wir... Ja. 12 Uhr. Müssen wir beweisen, dass es den Bigfoot gibt? Was ist hier los? Oh, welche Steine? Oh, ist das hier? Schauen wir uns auch mal an. Das ist Stonehenge? Okay, das sieht aber merkwürdig aus. Ach so, genau. Du kannst jetzt... Du kannst jetzt, wenn du so Totems findest... Ich glaube, dann vier an der Zahl. Können wir uns wiederbeleben. Und das ist so ein Ding. Okay. Aber wir wollen es ja... Also, wir sind ja noch alle am Leben. Richtig. Ja, wir werden ja auch nicht sterben. Ne, natürlich nicht. Ist ja schon fast blasphemisch zu sagen, dass wir das Ding benutzen müssten. Ist nicht gleich im App wie vorher auch? Ne, ist anders. Aber vielleicht finden wir hier irgendwas Village-mäßiges. Schauen wir mal hier. Wie lange es aussieht. Wieso? Warte mal. Winter Park Resort. Warte, lass uns das hier mal kurz anschauen. Was ist denn los mit euch? Aber Winter Park Resort hört sich ja schon mal ganz gut an. Wir hüpfen gerade den Berg hier hoch, Marvin. Oh, guck mal hier. Oh, was ist hier? Oh, ein Skilift. Oh, ein Skilift hört sich gut an. Eieiei, das sieht doch sehr nice aus. Looten, looten, looten. Nachtsicht, Kamerabatterie. Ja, 78. Da ist Munition drin. Oh, sieben Munition für mich war hier. Sehr gut. Gist du unterhalb? Niesen, hallo, danke schön. Finden wir da bergauf noch irgendwas? Ne, das ist jetzt die Frage, ne? Ja, also wir können da auf jeden Fall hin. Können wir da hochheaten? Können wir da irgendwie einsteigen? Ne, ne? Aber der Skilift hört hier quasi auf. Der muss irgendwo herkommen eigentlich, ne? Ja, lass uns erst mal Waffen holen, oder? Also es sieht jetzt nicht aus, wären da oben plötzlich Dörfer. Ja, irgendwo muss das Ding ja hingehen, oder nicht? So eine Skihütte mit Pumpgans? Mit ganz viel Alkohol und Schnaps. Pumpgans, hab ich mir zuerst gedacht. Okay, dann lass es hochgehen. Ja, los, hinter. Okay, try it. Pumpgans. Los, los, los. Nugget hat einfach immer auch keine Waffe. Ja, das ist aber krass. Ohne Butterie. Äh, 556er hier, nehm ich mal mit. Butterie, wollt ihr die mitnehmen? Nix. Eine Butterie. Hier ist eine Signalpatrone. Aber das war es auch schon wieder, ne? Old Hunting Tower. Guck mal, da oben, da oben, da oben, da oben. Zipline. Ja, das ist aber nur eine Zipline, oder? Da kommt die Zipline her. Ja, ja, aber da muss ja, da ist bestimmt irgendwas. Ja, da muss ja irgendwas sein. Da sind nur Scheinwerfer. Oh, nacht, beginnt. Oh, ich hab einen Toten gefunden. Einen Toten? Den muss ich schnell evidenzen. Los, wo, 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 wo? Mach es, mach es, mach es. Er ist hier runtergesprungen. Mach ein Foto, mach ein Foto. Der hat keine Beine mehr. Ja, ich komme. Ich hab sein Handy. Warte, warte, ich lese sein SMS vor. Ja, los. Ethan, ich weiß, äh, ich weiß nicht, wo du hingegangen bist. Daniel wollte, äh, sollte bald kommen. Ach wirklich? Sag ihm das, wenn er nicht in 15 Minuten da ist, wird Bigfoot sein Bein fressen. Lol. Yeah, weil Bigfoot ja sicherlich echt ist. Ethan. Oh. Ich hab dich auf meinen Nachrichten reagiert. Ist alles okay? Brauchst du Hilfe? Ethan? Also auf jeden Fall hat der Bigfoot ein, ein Arm probiert. Oder ein, ne, eine Hand hat er probiert und ein Fuß. Also auf jeden Fall wird der Bigfoot gleich uns probieren. Ja. Ja, renner rum, los. Lauf, lauf, lauf. Oh, fuck. Hä? Wo, wo? Oh, fuck. Hinter mir oder so. Oh, fuck. Warte, ich stell schon mal was hin. Ich stell schon mal was hin. Ich stell schon mal was hin. Oh, fuck. Oder? Oh, fuck. Ne, bleibt hier. Leute, ich hab die Gasflasche gerade hingestellt. Komm runter. Warum? Wo ist er denn? Nicht bei mir bis jetzt. Ach so, ich dachte, er wäre bei dir. Okay, dann sammle ich die Scheiße nochmal ein. Oh, 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 oh. Oh. Digga, du hältst uns auf, Alter. Warum seid ihr denn hier? Wir hätten schon lange in irgendeinem Haus drin sein können. Ich stell sofort die Gasflasche hin. Ja, hat irgendwer Fallen dabei? Ja, ich hab ne Gasflasche. Nein, Trittfallen. Ne, hab ich nicht. Was haben wir denn hier? Oh, Evidence Found schon wieder. Ja, wo denn? Irgendwas haben wir gefoundet. Okay. Okay, hier können wir auch runterjeden. 5,6er Munition. Pistolen. Ne, Schrotmunition. Digga, dass die einfach nirgendwo Waffen sind einfach. Das ist so gestört. Wollen wir einfach runterjeden? Ne, wäre schon dumm eigentlich jetzt, oder? Aber wir müssen ja auch irgendwie weiterkommen, oder? Ja, ja, aber wenn, dann würde ich runterjeden, wenn er hier ist. Da kommt er! Da kommt er! Wo? Links! Wo? Ich bin weg, tschüss. Wo? Ah! Leute, er ist bei Marvin! Ich halte drauf, Jungs! Ich halte drauf! Marvin, komm her! Nein! Oh, oh. Spring! Ich bin tschüss. Ah! Ah! Leute, ich bin gefallen, ich bin tot! Deko ist tot! Ich kann nicht tot! Hä? Ich bin tot, oder? Nee. Ich bin rot eingefallen. Ich auch! Wo ist Deko? Lebst du noch? Oben. Äh. Ich... Wo seid ihr? Bist du tot, oder wo? Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Er kommt, er kommt, Marvin, er kommt, er kommt. Nimm deine Sehner-Fackel, er kommt wirklich! Nimm deine Sehner-Fackel, los! Der kommt. Los! Ich brauche deine Hilfe, Mann! Wo ist er, wo ist er, komm her? Ja, los! Signal-Fackel! Er brennt. Los, Ball ihn ab! Hilfe, Marvin, komm! Er kommt hier nicht hoch, oder? Ja. Wo ist er? Wo links? Wo ist er? Wo seid ihr? Ich kann euch nicht sehen! Oh, da ist Licht. Oh, er kommt hier hoch, oder? Oh, fuck, er glaube, er kommt zu mir. Er kommt, Marvin, er kommt zu mir. Ja. Er kommt zu mir! Warum zu mir? Los, Ball er weiter drauf! Er kommt zu mir! Oh, oh. Ich laufe! Ihr müsst näher zu mir kommen! Ich muss auch verschießen können! Aua! 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 Er haut mich! Aua! Aua! Er haut mich weiter! Aua! Ich habe keine Munition, mehr Messer! Aua! 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 Los! Messer hin! Nein! Aua! Nein, 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 nein! Weg, 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 weg! Los! Töt ihn! Nein, Hilfe! Hauptsache, unser Angreifer, ja? Der Damage macht, der ist nicht da hier! Ich bin da! Wow! Ah! Hilfe! Wo ist er? Wo ist er? Aaaaaah! Ich habe einen Kanister! Aaaaaah! Hilfe, seid mich dabei! Aaaaaah! Wo seid ihr da unten? Ich bin da unten, ich habe 17, 17, 12 HP, 10 HP. Ich bin gedownt! Nein! Ihr seid gedownt! Ich habe mir einen Helft-Medikit genommen, wo ist er? Ich bin auch gedownt! Hier ist ein Feuerwerk gewesen, wer hat das Feuerwerk da hingestellt? Das war ich! Aber du hast es nicht mal angemacht! Ja, entschuldige bitte! Keine Ahnung, du hast mir den Medikit gegeben! Ich habe nur noch 8 HP! Oh fuck! Warte! Du musst... Ja! Sehr schön! Oh, danke! Dega, Hauptsache wir konnten nicht... Wir konnten nicht gleichzeitig an die Seilrutsche ranspringen, Alter! Marvin ist drangesprungen, dadurch wurde ich geblockt und einfach runtergesprungen von der Klippe, ey! Okay, lass uns jetzt ganz, ganz schnell... Wir haben kaum damage gemacht, lass uns ganz, ganz schnell jetzt ein Haus finden! Digga, noch 40 HP, ey! Wie viele Medipacks habt ihr noch im Inventar? Also ich habe jetzt insgesamt zwei Stück benutzt, eins musste ich benutzen, als ich von der Klippe gesprungen bin. Ja! Und eins gerade, als er mich gedownt hat. Ich habe jetzt keins mehr. Ich habe auch... Du hast keins mehr? Ich hatte nie eins! Du hattest nie eins! Nee! Es sieht gerade nicht sehr rosig aus für die Jäger. Ah, schwierig! Oh nein, schon wieder! Nein, komm! Rennen, rennen erstmal! Macht uns nur Angst, oder? Ich habe im Notfall noch einen Benzinkanister, ich habe aber keinen Schuss mehr. Ich habe noch eine Autobatterie. Okay, ich kann drauf schießen. Shelter 1? Oder... Ganz ehrlich, wir müssen doch zum Resort, oder? Winter Park Resort, da muss doch viel los sein. Okay, ja, bestimmt. Gehen wir da mal hin. Da gibt es bestimmt auch nicht, wir sind in Amerika, Alter. Da gibt es bestimmt einen Waffenladen. Alter, irgendwas muss es dort geben. So einen Resort. Hast du mein Feuerwerk mitgenommen eigentlich? Ja, habe ich. Das war sehr profi-like an dieser Stelle. Sehr profi-like. Ja, ich hatte halt einen Bigfoot hinter mir, ne? 7, 6, 4. 7, 6, 4? Ist das deine Cam-Hotline, oder was ist los mit dir? 7, 6, 4. Hier, Nugi, hier ist auf dem Tisch, ist hier ein erster Hilfeset. Sollst du mal mitnehmen? 1, 2, 3, 4, 6. 7, 6, 4. Ich nehme das mal, ne? Das Medikit. Ja, das war es aber auch schon wieder, ne? Ich habe noch ein Feuerwerk gefunden, aber das war es, ja. Wir haben es geschafft. Wir sind im Winter Park Resort. Alter Schwier, hier können wir richtig looten. Oh, hallo. Lucy. Hallo, warum ohne mich? Dega, jetzt wird gelootet. Ciao, Dinko. Oh, bei mir wird aber noch was markiert als Foto machen. Ja, dann mach mal gleich ein Foto. Dann gehen wir da gleich nochmal hin. Oh, er ist hilfes halt. Okay, das ist da, wo gerade die, ne, war. Ich sehe dich ja da hinten. Du bist da hinten. Ach so, das wird auf der Karte markiert auch. Sehr gut. Wir brauchen Waffen. LOL. Okay, hier wurde jemand zerrissen. Foto machen, Foto machen. Ich kann kein Foto machen. Look it, look it, das ist der Foto. Ich habe hier noch 5 und 6er, die nehme ich mal mit. Och, dieses Telefon. Och, hier ist eine Leuchtenpistole. Ja, sehr gut. Oh, ich habe einen Zettel gefunden. Ich habe es satt, dass du nur Blödsinn machst. Ich gehe alleine auf einen Spaziergang. Alexa Thornton. Auch wahrscheinlich, wahrscheinlich schreibt man seinem Freund so einen kleinen Zettel so mit Verpiss dich, geht jetzt alleine spazieren und schreibt dann, unterschreibt damit vor und Nachnamen. Alexa Thornton. Oh, endlich eine Pistole. Oh, das war's nice. Ich habe immer noch nichts. Was ist hier los? Luzidin nenne ich das aber nicht. Ja, die Anfangspistole habe ich, das war es aber auch. Ich habe hier noch eine Signalpistole. Danke für die Anfangspistole jetzt. Haben wir doch auch irgendwo mal einfach so Waffen im Regal gehabt oder so. Das müsste doch hier auch sein. Deswegen auch mal oben nachschauen, ob hier irgendwas hängen muss. Wo war das Foto, Leute? Ich habe eine Rohrzange gefunden zum Zuschlagen. Ja, ich habe auch eine Brechstange. Aber wir sind ja komplett los. Hier ist nichts. Äh, Leute. Ja. Ja, der spricht auch, Junge. Alter, ich bin erschrocken. Ähm, nee, ich habe auf einmal irgendwas gepiept. Dann dachte ich so, hä, was ist denn das? Auf einmal habt ihr auf der Karte diese Kamera geblinkt. Ach, dann ist er da gerade oder was? Gut zu wissen. Wo ist er gerade? Ich habe eine Nachtsichtkamera gefunden. Heute mal, ich laufe zu euch hin. Ja, ja. So viele Häuser, aber nicht zum Looten. Unglaublich. Wir sind in ein Haus noch nicht rein gekommen. Sind wir nicht? Ja. Das eine Haus ist oben zu. Ich werde hier auch noch mal eine Kamera reinstellen. Okay. Aber weiterhin keine Shotgun. Nichts cooles, um zu ballern. Weiterhin nur 10 Schuss. Eieieieiei. Ja, ich muss gleich in den Nahkampf gehen. Brecheisen. Ich habe hier eine Nachtsichtkamera, das heißt ab jetzt. Jawohl, ab jetzt kann ich im Dunkel schauen. Ich habe auch ordentlich Batterien dabei. Hopeless. Aber es steht doch gerade, dass es hopeless ist. Ja, für uns auf jeden Fall gerade. Die Frage ist, wollen wir jetzt hier bleiben für die Nacht? Nein. Wir müssen hier Waffen finden. Ich habe 10 Schuss. Damit können wir nichts machen. Lass mal in den Norden noch mal schnell ziehen. In den Norden, los, schnell. Ich glaube, wir werden wieder auf ihn treffen. Einfach mitten im Wald irgendwo, wo wir keine Waffen haben. Ich habe einen Benzinkanister, ne? Warte mal, schnell switchen auf vier. Okay, bam. Muss ich ganz schnell sein. Bam. Cool. Also wir müssen jetzt einfach nur schnell ein Haus finden. Irgendwo im Norden. Ich habe auch nur 40 HP. Echt vor uns, ja. Ja, vielleicht können wir die eine Route nehmen. Wie bitte? Nee, erst mal weitergehen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, ein Totem. Totem nehme ich mit. Ja. Noch drei weitere, dann können wir uns wiederbeleben. Aber nur einen, oder? Nur einen. Was ist das? Wo sollen wir drei Totems finden? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe irgendwie sogar so ein Flugzeug gehört. Ja, ja. Aber ich sehe nichts im Sternenhimmel. 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 Oh, oh. Links oder rechts geradeaus, oder? Ja, ne? Links oder rechts geradeaus, oder? Richtiger Profi. Nice. Der ballert hier gerade rum. Oh mein Gott, lauf. Hinter uns, hinter uns. Lauf. Fuck, ich will irgendwo hin. Wir sehen sein Leben, das heißt, er muss jetzt irgendwo sein. Wir sehen sein Leben, er ist übrigens wieder voll. Warte mal, warte, wohin wollen wir hin? Shelter 2, Beerport Fells, wohin? Ist das die richtige Richtung? Waren wir da nicht schon mal? Nee, okay. Woher sollen wir das wissen? Wir müssen auf die Karte schauen, da war noch so ein Abzweigeschild. Also schnell genug nutzen. Ich würde sagen, wir gehen zu Ziplein und seilen uns hoch. Oder? Wir seilen uns hoch, wie soll das denn gehen? Das funktioniert. Das funktioniert? Das muss ich sehen. Nein, das funktioniert nicht. Los. Los. Wie? Was? Ja. Wir müssen hier ein Foto machen. Wir müssen hier ein Foto machen. Hier ist ein Rumpfort und ein Baum. Nogi, komm zurück. Der ist Eisgern nach oben gekriegt. Lange, schnell. Wie hat er das geschafft, Alter? Dieser Motor, Alter. Nein, ich bin tot. Wie, du bist tot? Nein. Und der ganz hinten auch noch. Alter, ich habe 16 HP. Oh mein Gott, was ist da passiert? Bist du runtergesprochen oder was? Nein, ich bin runtergefallen. Nein, ey, shit. Dann ist das vielleicht doch ziemlich gefährlich. Bami. Hier, los. Komm zu mir. Komm zu mir. Warte, warte. Warte, warte. Tschüss, Marvin. Leute, macht das Ding kaputt. Leute, macht das Ding kaputt. Du kommst nicht zurück. Wo seid ihr? Er hat das Ding gerade am Arsch. Ich habe keine Munition mehr. Ich bin nicht mehr da gehalten. Wir haben keine Medi-Kids. Wir haben keine Medi-Kids. Wo seid ihr? Ich habe Medi-Kids. Hier. Digger. Ja. Ja. Das ist ein Leibar. Ich wollte ein Leibar. Den Bach hochlaufen. Ich habe noch ein 8 HP. Ich habe noch ein Feuer. Warte mal. Ich habe noch ein Feuer. Ey, die kommt zu euch. Die kommt zu euch. Volle hinweg. Boah, Alter. Der hat aber... Alter. Wo bist du, Deku? Ich rette dich. Ich rette dich. Ja, ich rette dich. Ich komme. Ja, der schmeißt ja mit irgendwas. Ah. Hast du ihn bekommen? Ja. Dankeschön. Warte. Ich stehe wieder. Oh, oh. Warte. Wo ist er? Ich fahre ihn nochmal ab. Oh, oh, fuck. Oh, wie? Oh, ich habe ihn nochmal erwischt. Warte, ich habe glaube ich noch was. Hier. Feuerwerk. Feuerwerk. Ich habe keine Munition mehr. Er haut ab. Haut ab. Ich fahre ihn weg. Oh, fuck. Er kommt wieder. Ich habe keine Munition. Er kommt zurück. Los, Feuerwerk. Zieh los. Warum? Warum? Er steht an, dass die... Los. Ah. Wo ist er? Warum ist er immer noch geil auf mich? Finde ich voll nice. Oh ja, das hat er getroffen. Das hat er getroffen. Mal, wir gehen jetzt los. Messer ihn los. Messer ihn. Die Brechstange. In sein Gesicht. Mit der Brechstange. Ist er abkaut? Wo ist er hin? Oh, fuck. Oh, fuck. Hau ihn weg. Hau ihn weg. Bam. Ja. Ich will nicht schau mal machen, Alter. Ja. Irgendwie steckt er mir drin. Ja. Ja. Ich habe keinen Erste-Hilfe-Kit mehr. Hast du noch was? Stimmt, irgendein Schild steckt in den Nugget. Wird ihr das irgendwie rausziehen? Ah, ich hab Schwede. Der hat sich richtig auseinander genommen. Das ist ein schönes Rennen. Kannst du ihn noch retten? Ich habe keinen Erste-Hilfe-Kit. Hast du nicht? Keine Gegenstände? Ich habe keinen Erste-Hilfe-Kit. Der ist richtig strong. Okay, ich muss ihn irgendwo noch schnell in Erste-Hilfe-Kit finden. Das ist schon unser vierter Anlauf. Aber ey, wir haben ja auch absolut nichts. Normal haben wir eine M4, eine Shotgun, wir haben alles. Nugi, wie viel Leben hast du noch? Drei. Drei Leben. Ach, Scheiße. Dann müssen wir die Totems finden. Wir müssen jetzt die Totems finden, ja. Ganz viele. Nugi, halt noch ein wenig durch. Ist hier kalt. Ist hier kalt. Ein wenig. Ich sehe gerade das Licht. Geh nicht hinein, Nagel. Geh nicht hinein. Nagel. Er wurde zu Tode ge... Ich habe das zweite Ding! Einen zweiten Totem? Das zweite Totem habe ich gefunden. Oh mein Gott, das heißt... Er ist auch hier rechtzeitig. Das heißt, wir können ihn... Ja, wir können ihn... Ja, irgendwann können wir ihn supporten. Oh, oh. Jetzt bin ich hier in so einer Höhle. Bist du hier? Ach so, ja. Ich bin auch gerade am Eingang. Lass uns hier nochmal schnell alles... Ich habe eine Shotgun gefunden! Oh. Oh, endlich. Endlich was Angenehmes. Einfach ein bisschen zu spät. Ein wenig. Aber jetzt wissen wir, dass hier eine ist. Aber, meine Freunde, ich würde sagen... Hier beenden wir erstmal die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben richtig auf die Schnauze bekommen. Jetzt heißt es erstmal ganz schnell Totems finden. Um Nugi aus dem Reich der Schattenwelt zu befreien. Und gerne weitere Tipps in die Kommentare. Bis dann. Reingehauen. Bye, bye!